Wir präsentieren Ihnen die neue Art zu schlafen. Die Octasleep Essentials Matratze. Octasleep ist der langjährige Experte für erstklassige Matratzen. Darauf vertrauen über 6 Millionen Kunden weltweit. Aufgrund ihrer extrem hohen Standards stattet Octasleep sogar die Business Class der Top-Fluglinien aus. Und jetzt bringt Octasleep die Business Class in Ihr Schlafzimmer. Das Ergebnis ist die Octasleep Essentials Matratze für höchste Ansprüche. Genießen Sie die Vorteile von unübertrefflichen 10.000 atmungsaktiven Komfortzellen der patentierten Octasleep-Schicht, die Ihnen die einzigartige Kombination aus unerreichtem Komfort und perfekter Stützung bieten. Bei herkömmlichen Matratzen entsteht oft ein Hitzestau und Sie wachen schweißgebadet auf. Der luftige Aufbau der Octasleep-Komfortzellen ist 8x atmungsaktiver. So entsteht eine ständige Luftzirkulation. Die Hitzestau verhindert und die Matratze um bis zu 3 Grad kühler macht. Sie schlafen ruhig und perfekt temperiert. Wenn Sie bisher von jeder Bewegung Ihres Partners wach geworden sind, dann ist Octasleep Essentials die optimale Lösung für Sie. Die 10.000 Komfortzellen stützen einander und verhindern so eine Bewegungsübertragung. Egal wie oft sich Ihr Partner bewegt, Sie schlafen ungestört weiter. Jede Nacht. Der wunderbare Kern der Octasleep Essentials Matratze ist in den bewährten, hochentwickelten Bezug gehüllt. Er ist hypoallergen und hält Hausstaubmilben fern, ist antibakteriell und natürlich waschbar. Die Oberfläche ist dank hunderter Komforttaschen seidenweich und atmungsaktiv. Für ein unerreicht luxuriöses Schlafgefühl. Auf der Octasleep Essentials Matratze schlafen Sie schneller, tiefer und länger. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Holen Sie sich die Business Class in Ihr Schlafzimmer mit der Octasleep Essentials Matratze. Das ist wissenschaftlich und in den Augenblick etwasfrei ist. Was ist die Idee? Vielen Dank.